Moin Freunde des gepflegten Offroads. Ich bin's wieder und heute habe ich mit Schnecke eine kleine Tour vor. Ich drehe mich mal. Ihr seht, verladen ist. Es kann also gleich losgehen und wohin es geht, erfahrt ihr später nach dem Intro. Bis dann! Freunde, wir sind angekommen. Es war ein tolles Ereignis. Ich habe erst mal irgendwie Platten gekriegt beim Buggy. Wir waren schon unterstützt durch einen Kompressor. Abgeladen haben wir schon. Luft ist drauf. Dann fahren wir erstmal und gucken, ob es euch mitfällt, falls sich da noch was Negatives erkennt. Hier ist erstmal der Parkbereich und Campingbereich. Es ist nicht wie im Peckwitz, weil es ist ein bisschen verwöhnt, denke ich. Und gleich fahren wir mal auf die Strecke. So. Nun konnte ich mir mal einen Helm ausleihen. Von Bobble. Bobble. Ich muss das reinstellen. Ich weiß es nicht. Bobble heißt doch. Bobble. Ich hab's wieder vergessen. Der hat mir mal seinen Helm geliehen. Ich konnte sagen, kann ich da auch mal eine GoPro anschnallen. Die läuft. Mal gucken. Ich hoffe, ihr seht was. So kann ich jetzt auch mal die Innenstrecke fahren. Die Außenstrecke darf man ohne Helm. Hier in Uhl-Körper. Und die Innenstrecke darf man nur mit Helm. Kann ich euch das mal kurz zeigen, das Ganze hier. So, dann bin ich mal gespannt. Mal gucken, wie die Tonaufnahmen sind. Beim letzten Mal, dass er die Motorgeräusche so übersteuert. Mal gucken, wie es jetzt ist. Soll ich das in den Helm auch fahren, wo das Mikro mehr oder weniger drin im Helm ist. Ich hoffe, ihr seht auch was. Mal gucken. 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 Strecke, das ist das schöne Alkohol im Körper, kann man mal hingefahren sein, kann man sich mal angeschaut haben, man fährt mal die Strecke, alles gut, aber ich glaube, nochmal muss ich nicht herkommen, ist nicht böse gemeint, aber ist halt nicht meins, jeder sieht das anders, meint es nicht. So, jetzt die Einfahrt zur Innenstrecke nicht verpassen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Oh, es geht. Alles kann nichts messen. Gut. Joa Freunde. Das war es erstmal soweit. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018